Hallo, zurück zur wunderschönen neuen Folge. Assassin's Creed Odyssey und wir sind auf Samos, jawohl. Wir sind jetzt in Pythagoreon angelangt. Und eigentlich waren wir hierher unterwegs, weil es ganz toll Seeschlachten hätte geben sollen. Und da hätten wir natürlich gesagt, ey komm, das machen wir gleich mal mit. Dann machen wir uns alle platt. Ja, aber unseren Blutrausch konnten wir jetzt nicht ausleben. Weil auf einmal war es dann... Und auf einmal konnten wir nämlich doch nicht mehr hier kämpfen. Und dann waren wir alle ganz traurig und naja gut, dann ist es halt so. Jetzt müssen wir ohne unseren Blutdurst gestillt zu haben, dann hier weitergehen. Naja, das wird wahrscheinlich unsere Entscheidungen auf dieser Insel stark beeinflussen. Schließlich haben wir ja immer unseren Sperr zwischen den Zähnen. Das wird ja jetzt nicht besser dadurch. Heilige Statue der Heere. Ich hab ihn mal kurz auf dich drauf und dann geht's los. Geht, wir haben mal ein paar Piratenschiffe auf dem Weg hierher plattgemacht. Das war ja auch okay. Ach, wie schön sieht's aus. Und raus. So, na gut. Dann haben wir ja hier unten erstmal ein bisschen was vor uns, ne? Haben wir schon mal ein Fragezeichen gesehen. Oh, wir scannen auch mal. Nicht, dass wir noch irgendwas übersehen, was es hier eventuell gibt. Guck mal, ne? Da gibt's zum Beispiel was. Unten gibt's was. Achso, und hier drüben... Ah, ist das schon wieder hier das Haus vom Anführer? Sieht ganz danach aus. Ei, hier hast du aber ganz schön viele Kisten. Achso, nein. Die nehmen wir natürlich mal mit, ne? Ist ja kein Stehlen. Ist ja nur ein kurzfristiges Ausleihen. Und gegen Ausleihen kann ja wohl niemand was haben, ne? Wir geben es ja dann irgendwann wieder zurück. Leicht. Vielleicht hoffen wir auch nur drauf, dass es dann alle vergessen haben, bis zu dem Zeitpunkt. Oh, das würden wir ja nie machen. Oh. Wir haben nicht geklaut. Nein, nein. Wir haben nicht geklaut. Ist ja nicht so, als wenn wir das Geld bräuchten. Brauchen wir ja nicht. Aber, ne, wir haben unsere Eltern uns das schon beigebracht. Lieber man hat, als man hätte. So ist es doch. Also hab ich lieber das Geld, als dass die anderen das irgendwie verschwenden. Ich finde diese Logik vollkommen offensichtlich. Oh, jetzt greift er mich einfach an. Das finde ich ja gemein. Das ist doch ein Wort gegen das andere. Die sagen, ich hab geklaut. Und ich sage, hab ich gar nicht. Du bist so selbstlos. Ja, siehst du? Ich mein, da versucht man hier so ein guter Mensch zu sein, ne? Und den Leuten einfach auch irgendwie die Möglichkeit zu geben, ihr Leben normal zu leben. Ohne jetzt irgendwie das negative Laster mit sich herumschleppen zu müssen. Was dann nur dazu führt, dass man wieder irgendwie, ich weiß nicht, Drogen, Waffen oder sonstige Sachen kauft, ne? Die einen dann irgendwie ins Grab bringen. Und wie wird's einem gedankt? Gar nicht. Finde ich nicht gut. Naja, so ist das halt, ne? Wenn man so altruistisch lebt, wie ich, ja, dann verstehen das halt auch viele einfach nicht. Und missverstehen einen dann. Wir sind viele Wachen. Das ist überhaupt nicht komisch, wenn ich hier so gepückt rum... Alles okay. Dann geht's? Ich bliebe. Geh. Warum doch nicht? Was? Anaxilea, die Feder, irgendwas. Ach da. Mach's gut. Das ist jetzt aber wirklich nicht einfach, wie man da hinkommt. Ohne, dass die einen gleich sehen. Ohne, 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 ohne. Ich hoffe, du hast eine Münze für den Fährmann. Also an was auch immer, die mich jetzt erkannt haben oder irgendwie, was weiß ich was. Aber naja, okay Sei es wie es ist Ich glaube schon Es ist alles anders gelaufen als geplant Aber es ist erledigt Das ist doch die Hauptsache Das ist aristokratische Residenzen Guckt mal, was ihr hier für Leute Für euch arbeiten habt Einfach mitten bei der Arbeit sterben Ihr solltet euch bessere Leute suchen Freude durch Verzicht Das finde ich doch ein gutes Motto Ich meine, Minimalismus ist doch heute auch sehr Sehr deutlich vorangeschritten Mit der Popularität Ich helfe ja nur Weil wer die Möglichkeit nicht hat Sich was zu holen Der lebt ja zwangsläufig dann minimalistisch Jetzt wo ich so darüber nachdenke Ich bin eigentlich so ein guter Mensch Das erschreckt mich schon fast vor mir selber Das ist wirklich manchmal erschreckend Wie viel Quatsch ich eigentlich labern kann die ganze Zeit Einfach so Aus der Kalten heraus Fischerdorf Katsania So, was haben wir denn hier Das ist aber ein schönes Fischerdorf Also ich muss sagen Auf den letzten beiden Inseln Waren die Leute anscheinend schon echt reich Weil ständig gab es irgendwo Irgendwelche Truhen Die man looten konnte Die dann auch noch Stuff drinne hatten Auch noch teilweise richtig teuren Stuff Finde ich schon interessant Wie die Leute sich das so leisten können Oh je, hier riecht es nach Eigenlo Ah, Dash Wässt du Man muss auch mal Wenn man einfach sieht Was man für ein guter Mensch ist Und wie sehr man den anderen Menschen In dieser Welt einfach hilft Dann darf man da auch mal stolz drauf sein Von daher Finde ich das schon okay Finde ich das jetzt nicht so schlimm Ansonsten geht es mir gut Danke Auch wenn ich vor deutlicher Selbstüberschätzung strotze Aber Ansonsten geht es gut Und bei dir? Alles okay? Delisches Quartier Wir stellen keinen runter Ich bleibe lieber unbemerkt Komm mal her, Kollege Ich glaube, das hat was gebracht Ja, komm mal runter Komm mal an, Finger Mein, dich habe ich ja schon immer weggebracht Guter Mensch Da meinst du bestimmt nicht mich Sehr schön Wenn alles perfekt ist Das ist doch wunderbar Sag mal So was hört man aber auch gerne Wenn es den Leuten einfach so geht Muss ich mal so sagen So, haben wir das Haben wir fertig Komm mal hoch Wir machen hier eins nach dem anderen Zack, 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 zack Alles weg Was meinst du mit was Was habe ich geändert? Weil ich hier so erzähle Was ich für ein guter Mensch bin Meinst du das? Und wie ich das Leben von Menschen geändert habe Das ist nur Quatsch Was ich hier gerade erzähle Das ist nur, weil ich hier Leuten Sachen klaue und Geld klaue Bin ich so ein guter Mensch Weil ich denen helfe Minimalistisch zu leben Und mich irgendwelchen Süchten zu verfallen Die sie dann dahin raffen Das ist eigentlich das Was ich meinte Macht's gut So Ach da auch noch Schön Na gut Vielleicht lohnt es sich dann wirklich Wenn wir Ich überlege halt Ja komm Lasst uns danach mal Wir machen jetzt diese Insel hier Wir machen jetzt die Insel Und danach machen wir uns Auf dem Weg mal ein paar Quests Abzuschließen Die wir haben Wir halt immer so eine Mischung Drinnen haben Und wir hatten jetzt zuletzt Sehr sehr viele Quests Wollte ich jetzt erstmal Ein bisschen Ruhe reinbringen lassen Hm Piratenküste Was mit ganzen vier Leuten Oder was Okay Ja nicht sehr erfolgreiche Piraten zu sein Was guckst denn du Du guckst zu mir Ja Ich muss mich verstecken Das sollte ich mir mal ansehen Ich hoffe Ich hoffe dass Nie diesen Rundumblick beim Synchronisieren Weglassen Ich feier die Ja die ist wirklich gut Ich finde es nicht Ganz so toll Dass der Adler Hier so präsent ist Das fand ich Irgendwie In Origins Besser gemacht Weil Du hast halt Du hast halt immer Diesen Rundum Was schön ist Aber der Adler Bleibt immer an der Stelle Wenn der sich mal Wenigstens ein bisschen Hoch und runter Bewegen würde Wenn er mal ein bisschen Mit den Flügeln Schlagen würde Aber einfach nur An derselben Stelle Im Bild bleiben Ist doof Finde ich Was du sagtest Nach einem Attentat Anscheinend hat es Was gebracht Achso Ja 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 Genau Ich habe Weil ich Ich habe Was gelootet gehabt Auch so ein So ein Schwert Und da war Das was jetzt Hier unten steht 20% Schaden Mit der Fähigkeit Eiliges Attentat Das war so Ganz normal Als dritte Stufe Sozusagen Und ich habe das Jetzt hier bei dem Als vierten Perk Oder als vierte Geschichte gelegt Und Damit ist das Schwert Sozusagen Rein für Attentate Da Einmal so für schnelle Ein bisschen mehr Damage zu machen Und bei denen Wo selbst das dann Nicht reicht Muss ich ja die Kritischen Attentate Machen Aber Bei manchen war das Immer so Dass du 95% Konntest du machen Mit einem eiligen Attentat Als Schaden Und das siehst du Ja immer vorher Und dann musstest du Immer So einen Adrenalinpunkt Für das kritische Attentat verbrauchen Weil irgendwie Immer noch so ein Stück Übrig geblieben wäre Sonst Und jetzt habe ich das Halt mal so Umgeswitcht Auf diese Auf diesen neuen Perk Und der Scheint jetzt wirklich Bei Eliten Auch immer wieder Zu triggern So dass wir da Jetzt wirklich häufiger Einfach mit einem Normalen Attentat Hinkommen Was natürlich Ziemlich geil ist Weil wir dann Für die ganzen Anderen Sachen Einfach diese Adrenalinpunkte Übrig haben Und das fand ich Also irgendwie cool Einfach mal ausprobieren Ich meine so Die restlichen Sachen Fand ich Fand ich gut An Gravuren Was wir jetzt so Drinnen haben Aber Das wollte ich halt Doch mal ausprobieren Weil Sah vielversprechend aus Nimm ja nicht Die Leiter Cassandra Nimm bloß Nicht die Leiter Das wäre ja Schlimm Furchtbar wäre das Ja geradezu Da musst du schnelles Attentat auch nutzen Bei normalen Attentat Hilft die Gravur Ah Du meinst Das Eilige Ist dann Äh Warte 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 Dieses hier Ach stimmt Das ist das Eilige Gut dann hat es Wahrscheinlich nichts gebracht Dann ist es nur Placebo Weil ich gleichzeitig Auch die Das Level Hochgezogen Hab Du hast vollkommen Recht Danke Da hast du Vollkommen Recht Ich Mir war das noch So im Hinterkopf Meinen die damit Vielleicht das Meinen die damit Vielleicht das Hm Okay Hätte ich doch Einfach mal Lesen sollen Also dieses Lesen Da habe ich es Irgendwie mit Das ist so Ganz schwierig Ich denke mir Bei ganz vielen Sachen so Ah ja Lass uns Bestimmt Das da Und dann Ist es das Gar nicht Hm Ja es ist halt Immer so Ja Ich will euch Damit immer Nicht nerven Das ist so Für mich Dieser Dieser Zwang Dahinter Ja jetzt Jetzt verbraucht Doch nicht so Viel Zeit Irgendwie so Eine Kleinigkeit Und für so Minmaxen Was es ja Eigentlich ist Wir kamen ja Bisher auch Super durch Da will ich Immer nicht so Viel Zeit Verbraten Deswegen gucke Ich dann Bloß so Schnell drüber Und sage Dann so Ja 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 Das wird schon Das sein Passt schon Alles gut Mit der Fähigkeit Metzelst du Dich durch Odyssee Ich hab die Auch mal Probiert Aber Aber Ich fand Damit Hab ich immer Zu viel Aufmerksamkeit Auf mich Gezogen Und das Wollte ich Halt Nicht Weil ich So Gefühlt Zumindest Zu dem Zeitpunkt Wo ich es Ausprobiert Hatte War das Für mich Immer so Ja es Kriegt Dann doch Einer Mit Und das Wollte ich Nicht Weil ich So Mehr Auf Richtig Assassine Spielen Möchte Der So Eigentlich Gar Nicht Erkannt Wird Das Klappt Auch Nicht Immer Vollkommen Logisch Aber Naja Das Gebiet Wird Sicher Gut Verteidigt Schatz Kammer Das Herein Ich Ich Hier Wär Es Jetzt Gerade Wieder Fast Optimal Das Schnelle Attentat Oder Oder Das Eilige Was Müsste Eigentlich Mit dem Was Ich Vorhabe Trotzdem Gehen Ja komm Wir machen Mal Ah ich Hätt's Ich hätt's Noch anders Machen Sein Jetzt wollte ich Gerade Sagen Ja komm Dann gehe ich Mal auf Nummer Sicher Aber dann war's Ja gar nicht Wir müssen Keine Sorge Die finden Wir Na Ich wollte eigentlich Mein erster Gedanke war Ja komm dann spring ich Da von oben Drauf Und dann mache ich Den anderen Platt Dann dachte ich aber Der andere von der Seite sieht mich Vielleicht Und dann dachte ich so Ja komm Jetzt machst du es Besser Machst du es Vorsichtiger Ja Pustekuchen Pustekuchen Oder auch Arschlecken Tralala Naja Gut Man muss ja auch Ab und zu Mal was ausprobieren Wer war das Ich Komm her Wo habe ich dem Jetzt gerade bitte Den Löwenfangzahn Abgenommen Das möchte ich Vielleicht gar nicht Wissen Ich mache auch zuerst Die Umgebung Auf geht's Jetzt kommt Regen Ich gehe kaputt Das hätte gerade so Schön aussehen können Jetzt kommt Regen dazu Ich Das hier erschreckt mich gerade So ein bisschen Warum ist hier nur Ein Fragezeichen Dafür Aber okay Das machen wir dann Als nächstes In der nächsten Folge Direkt im Anschluss Sozusagen Wenn du den Pfeil An die Wand Schießt Kannst du die Wachen Weglocken Klappt aber so Semi Ja das ist Ja Das Schlimme ist Dann suchen die ja schon Und meistens ist Zumindest bei mir Ist es dann so Selbst wenn du dich Dann irgendwo versteckt hast Dadurch dass die suchen Klappt dann meistens Das Attentat Nicht mehr so wirklich Und dann Ist wieder Jubel Trubel Leiderkeit Und das finde ich Dann immer nicht so geil Ich mach das tatsächlich So ganz gerne Komplett im Verborgenen Wenn es geht Ich dachte mir doch Dass hier irgendwas Sein muss Gut also wie gesagt Danach geht es da rüber Und dann mal schauen Was hier so mit Die Smiliktum Auf sich hat Denn irgendwie Ist das ziemlich riesig Dafür dass da Gar nichts ist Das ist immer so ein Ein Achtungszeichen Bei mir Automatisch im Kopf Das bedeutet Dass da bestimmt Oh ja Warte mal Kann das sein Dass das ein Höhleneingang ist Dass dieses gesamte Gebiet hier Dieses Heiligtum Hier komplett Unterirdisch ist Und dann in wahnsinnig Vielen verzweigten Gängen drin ist Boah das wäre geil Das wäre so richtig geil Na gut Wir haben wir in der nächsten Folge sehen Bis dann Tschüss Ciao